so hallo und herzlich willkommen zurück bei gta 3 in dieser folge machen wir weiter mit die dänemark natürlich dänemark wird sich freuen meine lieben zuschauer und zuschauerin herzlich willkommen und vielen dank fürs einschalten in dieser folge geht es darum bei dänemark die ganzen missionen zu machen in hoffnung dass die mission nicht zu schwer sind aber ich denke mal das werde ich schon irgendwie schaukeln und machen tun und wer es ist wenn ich meine mission zweifach dreifach oder vierfach machen muss gar kein problem überspringe ich halt für euch diesen verlauf und zeige euch nur den anfang bis ende ja so lang geredet kurzer sinn jetzt steigen wir aus mit unseren knüppel und sagen dänemark wir brauchen missionen missioner you are proving to be a safe investment a rare thing in these days of falsehood my oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated i want you to follow him and make sure both he and my package get to pike creek unharmed so wie sollen jemanden verfolgen und ihm ach so in diesem auto was denn da los also die komische frau mit ist das überhaupt eine frau kann auch noch obdachlose sein du wirst ein auto brauchen was so ich bin so doof so irgendwie ein bisschen falsch wo ist mein auto habe es doch hier geparkt nein mein auto wurde geklaut gar kein bug ok stehen bleiben stehen bleiben schade bleibt stehen bleibt stehen ja natürlich zeigt ihnen einfach dein fingerchen das macht man nicht das führt noch zu mehr aggressionen polizei hat es aber nicht gesehen so und ich soll ihnen folgen wo ist er denn ist er nicht hier äh da so und nun geht es sogar noch auf zeit oder was nee hä hab ich irgendwas falsch gemacht ja mach mal platz hier jetzt schaden was ich soll ihm aber nicht schaden nolla soll ich ihm schaden nee beschädigen sollte ich ihm nicht ne also nicht dass ich wüsste ich soll ihm nur äh wie ich da verstanden hatte äh folgen dass seine Ware auch sicher ankommt ich denke mal äh schadenanzeige ist dafür da falls äh da welche gibt die da drauf schießen richtig wir schauen mal wir schauen mal konzentration boah ist der blöd wo fährt er so behindert hä was los mit ihm äh what the fuck lass ihn in ruhe du depp hä warum fährt er so komisch kann ich nach hinten gucken nee da war nein lass ihn in ruhe oh fuck ist das blöd nein nicht das auto nicht das auto das fährt er so komisch oh sorry war ein bisschen laut glaube ich nein du kommst dann hier an oh nein nicht hauen nicht nein oh scheiß bus sorry ich muss beschützen nein lass den bus in ruhe lass die lieferung in ruhe ok der kommt durch der kommt durch der schießt hier einfach auf mich oh boy über der hälfte schon runter oh oh was macht der trottel nein lass ihn in ruhe alter was zum teufel nein du kriegst ihn nicht geh weg nein oh alter was machen die hau ab hier nein lass ihn in ruhe hau jetzt ab hier hier ist meiner nein du kommst da nicht ran geh erschwindibus den beschütze ich sag mal was ist denn da vorne los oh fuck oh fuck oh fuck oh nein ich komm jetzt nicht so schnell hinterher oh fuck oh boy ich hoffe ich schaff's noch platz hier frau ja nee keine zeit für dich oh warte ist eine für ein scheiß auto ok warte mal nein raus auto pop alter ich verliere hier zeit nein raus was mache ich ah ich bin verwirrt ich hoffe ihr kriegt den noch platz hier oh nein er ist hinter ihm her er kriegt aber keinen schaden momentan oh der dritter völlig da durch da vorne boi alter finde ich soll ich den einholen wenn er so geschissen fährt den folge ich mal weil er weiß sogar wo er ist oh boy los sie nach tunnelende die luft rein ist ich bin noch unterwegs da ist er da ist er ich soll gucken ob man tunnelende luft rein ist was zum teufel na nüt noch schwein der ab natürlich schießt da irgendjemand auf ihm oh lalalalalala ich war es nicht das war der bulle von tölz huch wo kam der denn her oh man der hält noch ein bisschen durch was macht der oh kann der nicht fahren ah viel spaß oh fuck ja nie war ich nicht das war jemand anders oh 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 der ist gleich dauern oder sei am ziel bitte sei am ziel bitte sei am ziel erfüllt ja gott sei dank alter schwede das ging ja ganz schön wow wow äh geht mal weg hier danke so das war die mission nächste dänemark mission kommt noch so ich sage mal vielen dank fürs zuschauen fürs dabei sein und fürs mitfiebern wenn euch diese folge gefallen hat lasst gerne ein däumchen nach oben da abonniert meinen kanal um keine weiteren folgen von gta 3 mehr zu verpassen ich bedanke mich dass du bis hier und aus erhalten hast und wir sehen uns dann in der nächsten Folge tschau mit tschüss